Welcome to Counter-Strike. Boom! Headshot! Today we'll be playing all pick. Oh, der war gut. Counter-Strike. So. Oh, wir haben Trollboard? Tägliche Quests? Seit wann das denn? Alter, die ändern ihre Zeiten aber auch andauernd. Ne, Moment. Das verschiebt sich immer. Merkwürdig. Trollboard mittlerweile. Okay, naja. Meine Ansage ist Anti-Mage mit Mana Voids gegen zwei oder mehr Helden sechsmal und insgesamt parallel laufend 3.000 Mana Burn to Enemies. Heißt 3.000 natürlich dann an Mana verbrennen. Mana Burn, naja. Also normale Angriffe. Was flippt der da die ganze Zeit so rum? Strap. Sag mal, haben die denn alle? Ähm. 365 Euro. Das ist so krank. Das ist so krank. Wer zahlt denn sowas? Da musst du ja jedes Mal wie ein Gott spielen, dass du da... Irgendwie... Na, guck mal. Das sind auch schon 83 Euro. Das ist wirklich... Ach nee, das ist... Okay, okay. Das ist von irgendeinem... Spiel. Die sehen da... Das sieht natürlich auch geil aus. Das ist aber auch ein bisschen... ein bisschen teuer, ne? Naja, vielleicht gewinne ich ja irgendwann nochmal einen Skin. Ich bleib bei 50... Oh, ich bleib bei 50... Oh, ich bleib bei 50... Oh, ich bleib bei 50... Interessant. Ähm... Anti-Mage-Concept. Core. Hardcore. Concept. Bleiben wir mal... Dabei. Ist ja süß, ne Spinne. Okay. Sonst hat keiner was an Punkten gesetzt. Naja. Mana Break, Blink, Spell-Shield. Ist die Frage. Er hat ja auch nur den Blink und die R, also eigentlich theoretisch ein einfacher Charakter. Auf der fliehenden und fragilen Natur des Lebens beginnt. Magik soll nicht prevailen. Warte. Nein. Nicht im Ernst, oder? Scheiben. Vielleicht hat Ricky das genommen. Noch nicht mal mit... mit Gegenwehr oder so. Scheiße. Dang it. As thou will it. Ja, bitte mal nicht burnen. None shall hinder me. Okay. Out of my way. To aid my cause. Truth compels me. Hm. 28, ja. I go. 28 Mana Burn bisher. Be gone. Spawn of Sorcery. Scheibenkleister. Ich hab echt ein Problem mit meinem Mana. Da ist der Ring sicherlich... Gute Idee. Witzig, ne Fledermaus. I go. Ähm. I bow thy wound. Hahaha. Okay. Okay. Ich muss mir dringend... jetzt den Blink holen. None shall hinder me. Ja, ist gut. Oh, shit. Ah. Wenigstens bin ich nicht allzu langsam. Gefehlt. Aber die haben keinen Bloodseeker... der mich aufdecken könnte. Die Reward of Virtue. Tja. Tja. Was war das denn für ein Versuch? Yes. Mein Gott. Out of my way. Ich würde am liebsten ja eher Mana... unterbrechen, aber... I go. Das Problem ist einfach... Truth compels me. Schon wieder so ein Mist. I go. Ich brauche mehr Mana... Widerstand. Definitiv. Definitiv. Alter Schwede, die ist schon... mit einem Level 3 fast durch. Aufwärts. Die Weg ist klar. Ich hab... Ändert sich eigentlich... Die Range ändert sich auch, ne? Abwärts. Und Range. Tja. Mein Gott. Erstes Blut. Erstes Blut. Ich bin auf Feuer. Ja. Scheiße, mein Gott. Zum Glück komme ich da gut raus. Das nervt aber unglaublich. Bountiful. Okay, wenigstens bewegt er sich noch weiter, das... Kommt ja auch schon mal vor, dass er sich nicht weiter bewegt. Oder dass Helden sich nicht weiter bewegen, wenn irgendeine Aktion gewesen ist. Naja. Ja, komm schon. Das sind nur 600 Leben. Nur ist gut, aber... 680 Leben. Ist eben mit der Heilung ein bisschen... Naja. Lange, lange ist der Anti-Mage. Das war echt praktisch. Oh, nein. Oh, nein. Mist, 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 Mist. So ärgerlich. Ah, beinahe wäre ich noch da gewesen. Wir brauchen tatsächlich Wards. Gut, dass die Manna Regeneration hat. Dann brauche ich mich da nicht drum kümmern. Dann... ... ... ... ... Scheiße. Ich bin nicht bereit. Geh die Hände! Oh shit. Ich könnte Katzen. Ich könnte Katzen. Ich werde meine Erachtung um alle Sorcerer zu retten. Ja. Mist. Ich werde dich schrauben. Ich werde dich schrauben. Und ich möchte jetzt wirklich nicht einfach. Ich habe nur noch gegen die zwei ausgerechnet. Was ich jetzt... Ich meine... Entranger ist das nicht so schlimm, aber... Scheiße. Das nervt. Ich kann aber auch nicht in den Jungle gehen. Ich kann aber auch nicht in den Jungle gehen. Ich kann dann... Ich kann voll wieder fricking. Tatsache. Krinks Krinks Dang it was ich denn Kein Bock Mist 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 Krinks in der Mitte Und das ist das wieder Queen of Pain Jetzt Jugglernaut Scheiße Das ist schon mal nicht gut Das ist schon mal nicht gut Schon wieder Windranger Ich würde ja Ich würde gerne in den Jungle gehen Aber das Problem ist einfach wahrscheinlich Dass ich da Ich meine normal Lebenswege 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 Dang it Jetzt habe ich schon wieder so wenig Leben Ich könnte kotzen Fliegen Fliegen Spinnen Okay Ist einfach echt Ätzend im Moment Ätzend im Moment Wie Carry bin ich eigentlich Ja Ja Moment War ich in Stufe 2 Und in Stufe 3 Habe ich gar nicht geguckt gehabt Wow Klinks und Windranger sind weg Tatsache Level 8 Level 9 Alter im Ernst Wirklich Out of my way I turn magic aside I turn magic aside 6 Ist ja grauenhaft Hm Danke für den Block Ich meine Ich wäre wahrscheinlich nicht weit gekommen Aber der Block war nochmal Scheiße Das ist einfach Hahahaha Frech Ich bin genug Ich bin genug Ich bin genug Ich habe einfach Verlust Wir sind auf allen Seiten Ich bin genug Ich bin genug Ich bin genug Ich bin genug Oh Ich bin genug Ich bin genug Ich bin genug Das ist doch unglaublich Das ist doch unglaublich Oh, ne, ne, ne. Wahrscheinlich ist das Schild am besten. Das erste. Habt gebrochen, oder? Ach, die hatte... Okay, okay, okay. Ricky. Scheiße. Das könnte echt blöde aussehen. Das nervt. Das nervt. Das nervt. Das nervt. Dann gehe ich auch direkt hier hin. Wow. Ist ja gerade wirklich. Oh mein Gott, dass ich hier mal ordentlich in den Schwung komme, dauert auch Ewigkeiten. Ich meine, einmal habe ich es schon geschafft, meine Aufgabe, einen Teil meiner Aufgabe zu erfüllen. Aber... Hmm, Double Damage, SS Klinks. Hmm. Was ist das Problem? Oh. Oh. Der Weg ist klar. Double Damage. Was ist das? Das ist das Problem. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Oh, nur. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Schade, dass ich meinen Mana-Born gerade noch welche getroffen hatte. Das war eigentlich echt schön gewesen, aber leider. Ich sollte auf eine... Wieso habe ich eigentlich schon 4 Kills? Ist ja gut. Das war es. Das ist nicht so gut. Ich werde dich schwach. Was amit? Oh, Mann. Überlebenspunkte. Ähm. Was sieht eigentlich aus? 800. Ist doch schon mal nicht schlecht. Jetzt muss ich die nur noch mit Mana Burnt treffen. In irgendeiner Form. Das sind immer zwei. Das ist ein bisschen problematisch. Da zusammenstehen. Naja. Puning? Puh, whatever. Aber jetzt sehen wir im Lebensregner. Das muss ich nicht einmal sehen. Hm. Hm. Hat die Fury auf jeden Fall. Achso. Haben wir ja noch. Was zum? Ah, okay. Hat zerstört. Ich hab schon. Das ist ein Scheiß. Wie da hab ich da festgestellt? Dang it. Oh, Bounty. Oh, Bounty, du bist sichtbar. Ah, okay. Solltet euch einen aussuchen. Das ist das Problem. Ah, Mist. Ah, naja. Wenigstens habe ich jetzt meinen Lebensraub. Dang it. Fünfmal gestorben. Vier von vier. Ist okay, aber... Wirklich gut. Ah, das war's anders. Thou hast paid the price. Welp. Onward. Get these heads. Scheiße. Aha. Scheiße. Im Ernst jetzt? Haben wir mich tatsächlich da sterben? Ich hätte mich raus teleportieren können. Fünf, sechs Mal. Nein, schlecht. Und... Ich meine, ich muss sechs Mal treffen. Ich habe schon dreimal getroffen. Tausend habe ich auch schon. Was sind ersten Sternen? Habe ich drin, wenn wir gewinnen. Was danach aussieht bei 27 zu 19 Kills. Team Basis natürlich jetzt. Die müssen eigentlich für mich machbar sein, oder? Und dann... Halt den Tribut. Dachte ich mir zu, wenn ich das so... Ich habe gerade den Größen rausgesucht, ne? Wie das gut oder schlecht ist. Diesmal. Hauptsache. Da muss ich eher drauf achten, weil das andere ist einfach nur den eigenen richtigen Moment einsetzen. Mit Mana Burn hast du dann noch andere Probleme. Zu spät, scheiße, die haben Wards, deswegen, da stellt sich wahrscheinlich selbst die Wards, dass er weiß, wo, wann, wer ist, scheiße. Man, oh man, oh man, siebenmal gestorben, die haben natürlich auch Anti-Mädchen jetzt gut gekontert, das muss ich hier nicht erlassen. Ich muss den jetzt wirklich lassen, dass die mich gut ausgekontert haben, von ihren Fähigkeiten her, aber... Das ist echt ärgerlich, das ist wirklich ärgerlich. Normal bin ich ab dem Zeitpunkt, wo ich die Wards, die ich dann hab, eigentlich recht gut. Aber, ich weiß nicht, irgendwie im Moment... Ich meine, ich mag Anti-Mädchen zwar, weil man eben nicht viel Mana braucht und so weiter, aber es ist eben auch... Oh Scheinpläser... Oh Scheinpläser... Scheiße... Oh Scheinpläser... Oh Scheinpläser... Oh Scheinpläser... Oh Scheinpläser... Das kann nicht sein! Oh... Wie kann man da... Wie kann man so ein... Scharnstypen mag ich... Ich könnte... Das ist echt krass... Dass der auf Distanz das einsetzen kann... Warum auch immer ich da grad eben nicht zwei getroffen hab... Ich kenne, wie Sie nicht zerstören haben. Das versteht nicht. Ich kenne nicht. Das Ziel ist nicht zu. Ich kenne mich. Ich kenne mich. Ich kenne mich. Hmm... das Problem ist auch Rikki könnte mich aus... könnte mir echte Probleme bereiten wenn er sich in die Wolke hüllt in die Wolke und dann... habe ich erst mal Probleme, da muss ich rauslaufen dann kann ich erst blinken Scheiße! Aaaaaaaaahhhh Ich glaube es einfach nicht ey so unglaublich Ich bin der Schwächste in der ganzen Runde Das ist so scheiße. Neun Tote. Ich habe natürlich auch noch meine Schuhe nicht richtig eingestellt. Ich gehe. Das ist einfach nur so krass. Vor allem hast du einfach keine Chance da irgendwie gegen. Weil einfach, die tauchen einfach auf. Da kannst du Wards aufstellen. Eigentlich wie du willst. Da musst du massige Wards aufstellen, bis da irgendwas... Das ist meine Schuhe. Nice. Ja. Freilich. Sentry? Aber will der einen Sentry haben? Hey, mach die doch mal. Ich mach mich ja nicht unsichtbar. Das ist jetzt ein Gem für mich uninteressant. Jetzt macht der da einfach nur Krach. So, die müsste ich jetzt eigentlich ganz einfach hinbekommen. Mein Gott, das ist so schwer, Antimilch zu spielen. Obwohl es eigentlich einfach sein müsste. Ist da mehr gewesen? Eigentlich auch 1500. Ich bin 1500, ne? Ist das nicht? Das ist ein Mann an, ne? Was? Das war's nicht so schwer. Oh, das war's. Ich bin damals glücklich. Die 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 Scheiße Das ist doch unglaublich Und ich hab bei dem noch nicht mal Mana Burn Ich bin gar noch bei 1000 Das ist einfach so unglaublich Am Anfang ging es ja jetzt noch Keine Ahnung, irgendwie ist das echt scheiße im Moment Vielleicht die falschen Gegner Was tun wir uns jetzt für den Anfang? Später bin ich ja Später bin ich ja ein ganz anderes Kaliber Battle Fury und so weiter macht ja einiges Einiges aus Oh im Ernst Oh Mist Natürlich jetzt nicht, ja Oh im Ernst None shall hinder me Come schon Nein Ich weiß nicht, das ist eine große Sache Aber Ich weiß nicht, was bringt Ich weiß nicht, was bringt Ich weiß nicht, was bringt Ich hab dir das Leben Ich hab das Leben Level 17, 1200 leben. Da sind noch mehr, sind tatsächlich noch mehr, da war Klinks, ach du Scheiße, war nicht der falsche Punkt, muss er eigentlich da hoch, naja, so, ich hatte es angezeigt gehabt, ich hatte es angezeigt Ahhhh Mist. Schön und gut, die vielen Last Hits, aber äh... Ich gehe. Der Verrückte. Okay, Trotfazen. Der Verrückte mich. Hm. Werteidig. Aber er ist mir! Vile Kreaturen! Ja, dann... Ich wäre nämlich gerade wieder weg gewesen. Deswegen... 1.600. Ja, sicherlich. Ja... Ja, dann lass mich doch irgendwo mal... 1.600. 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 Scheiße, nicht gut. Nicht gut. Lauf nicht. Scheiße, 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 scheiße. Mit dem Gämmen so gut wie tot. Nein. Doch noch gestorben, scheiße. Dafür habe ich jetzt aber 2000 Mana Burn. Und jetzt muss ich nur noch zweimal mit meiner Ulti zwei Stück treffen. Das erste was ich praktisch brauche ist Lebensraub. Lebensraub. Durch den Teleport komme ich ganz gut weg. Also Schuhe nicht so unbedingt. Trotzdem. Ah, ich hätte mich teilen können. Scheiße. Natürlich, wenn man das jetzt ganze hier... Ah, dang it. So ein einfacher Charakter. So schwer, wenn man am Anfang stirbt. Du und ich müssen eine franken Diskussion haben. Ich muss ja mitmachen. Nein. Oh, na. Was ist denn da? Scheiße! Oh, na. Was ist denn da? Scheiße! Oh, na. Oh, na. Oh, na. Das ist so. Ist einfach so mies mit dem... Oh, na. Oh, na. Das ist der da nicht. Du bist. Du bist. Du bist. Du bist. Ich mache dir ein Zeichen. Meine Fresse. Schöne Sachen. Dammit ist das Schiss. Wir kommen ja alle mit Mana Schaden an. Mehr? Mehr Tod? Die Wahrheit mich empfiehlt. Das ist so unglaublich nervig. Wieso muss ich auch am Anfang nur so oft sterben? Und wieso muss ich so verdammte Gegner haben? Da kann man auch nicht so fokussieren. Ja. Und dann kann ich mich zu fokussieren. Ja. Und dann kann ich mich wieder. Das ist ein Geist. Ja. Aber du musst dir das wirklich tun. Ja. Ja. Es ist wirklich, wirklich, wirklich abartig, dass der seine Zauberreichweite erwähnen kann mit seiner Shit-Ulti von, was ist denn das, was er sonst hat, 10 auf 220? Hey, es ist einfach nur... Windranger stirbt genauso oft wie ich, aber dafür dann 10 Kills, was ist denn, ich mit 6 Kills, 10 Assists, ich meine, Kills und Assists sind besser als sonst, aber, wow. Das wäre meine Möglichkeit noch mal. Aber... Ah, scheiße. Das ist so lange her, dass ich eigentlich nicht gespielt habe. Mann, er war damals schon... War damals schon schwer. Ja... Das ist natürlich... Der hat zwei Stück... Ich sollte einfach mal, bevor ich in den Fight reingehe, mich rettenpeln, um die Chancen zu erhöhen, nicht direkt drauf zu gehen. Ich komme jetzt einfach mal... Ich komme jetzt einfach mal... Ich komme jetzt einfach mal... Ich komme jetzt! Ich komme jetzt! ... Ich komme jetzt... Wenn ich in den mercury aufgewandert bin, glaube ich, noch so einer! Phantom access in the house? Oh scheiße. Dang it. I go. Welcome to the secret shop. As thou wilt. None shall hinder me. Nein. Das ist echt nicht witzig. Unglaublich. Oh no. Denn. Das ist so unabhängig. Einer 3000, die zwei Treffer fehlen nämlich. Ich hätte es gerade eben geschafft, hätte er mich nicht gestunnt und dann wieder gestunnt und dem Stunner noch eine Menge Schaden zugefügt. So, jetzt nicht. Ich habe ihn nicht gestunnt. Double kill. Tive failure, good life. If I might not to lose my top tower is unfortunate. I suggest you get over there right away. The enemy's middle tower is four. Top tower under siege. Now, count my costs. The enemy's middle tower is four. I see you. Lonely, I see you. Truth compels me. Also. Jetzt kriege ich doch nochmal was hin. Aber. Out of my heart. He is mine. The true path. Ist das nochmal irgendwie. Was gutes wird. Ja, ja, ja. So. Ich habe ihn mir zwar nicht verdient, aber den ignorieren. Viele. None shall hinder me. Hm. I go. Midtah taking damage. Onward. Oh. Oh, scheiße. Nicht schon wieder. Oh. 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 Oh my God. Oh. 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 Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Nein, ich weiß nicht, wer so gern da und wird denn noch Schaden zu fliegen Nur ein bisschen klopfen und dann Ulti drauf Das reicht ja schon Akku ist halt 70 Sekunden ist auch normal Aber Ich habe ja genau den Queen of Pain direkt an der Base Nein, Jörg Das ist so Die Bonefletcher burns again Time to pull Boy, Freshman I fear no Keep murdering two innocent lives taken Scheiße, Mann So schlecht Der Defeat der Magie ist complete 18 Tode Mängst bin ich ein Level aufgestiegen Ich würde es gern nochmal versuchen Besseren Spiel Das hätte ich gern die Begründung noch gelesen Aber okay Okay Ah, da Zwei Quest rein Stufe 2 von 3 200 Trophäenpunkte Everend Construct Das Screen ist nicht schlecht Okay Okay Muss ich noch freischalten So Ich nehme mal an Wie kann ich die denn Wie kann ich die denn Alle So Irgendwie musste ich doch noch irgendwas machen Um das freischalten zu können Irgendwas war da Naja Vielleicht muss ich einfach noch Das nächste Spiel spielen Oder so Oder es auf Stufe 3 beenden Wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit Mal sehen Ich versuch's einfach Wo ist er denn Anti-Mage Na ja Das wäre natürlich auch geil Aber Naja Gut Ah Steht ja noch eine Belohnung aus Yay Das war ja auch noch was Ich versuch's mit Anti-Mage nochmal Das ist so Das fuchst mich so Da ich den nicht hingekriegt hab So Gut Dann hoffen wir doch mal Ganz runter Und Was bekommen wir Wieder ein Set Wäre Kommt auch an Für welchen Helden Wäre ganz schön Könnte wieder ein Set Könnte wieder ein Set werden Oh ja Und X Okay Warum nicht Maske Ganz hübsch Waren wir mal Waren wir denn Ex Ja Hm Komisch Wieso hab ich Kopf Ah Stimmt Ich hab ja Ex hat ja nochmal Gar keine Helme auf Und ich hab Ja den anderen Helm bekommen Hm Wo war denn hier Ach das war der Feuermattel ne Wo haben wir denn hier Ich such ja immer gern Kurz Ja Als Double Kill Lebensraub Auch interessant Können wir auch mit Anti-Mage Machen Ich versuch's jetzt nochmal mit Ah Trollward Haben wir ja auch noch Na Erst Anti-Mage Dann Trollward Machen wir so Die Einfolge Und dann passt das auch Also Bis So In der nächsten Folge Ciao